Wulibir macht doch keinen Schaden, oder? Ey, Wulibir macht doch keinen Schaden, oder? Christello Komm, Maus, bewegt dich Jetzt Maus, bewegt dich Ja Boots gekauft Warum kauft ihr euch immer Boots? Die Map ist sowieso schon so klein Warum kaufst du lieber Dorans? Extra Leben, extra AP, Mana Regeneration, was denn zu mehr? Movement Ach Quatsch Jetzt bist du wieder übelst laut, Alter Du hast 10 Rüstung, oh Gott, Heimer Du bist so lächerlich Oh Gott Hast du nur AP-Ruhen? Hast du voll AP-Ruhen? Und Magic, äh, Penetration Hammer Fail Lass mal gucken, ob die bei uns da oben sind Okay, ich geh sterben Die chillen locker hier oben Laber nicht Ich hab's gesagt Tot Ja, hau sie zu dir, du Depp Ja, eventuell Wenn ihr mal draufgehen würdet So will er auch ganz schnell Wenn ihr mal draufgehen würdet Ja Die sind locker nicht da drin Wir haben kein Recht Oh Gott Ja, fokust Wohli, bitte Schlau Ich weiß Du lässt sich nur geflasht, oder? Ja Ja Also Gitaris ist nach oben Ja Ich würde echt mal Wohlen mit Syrer hier unten Ja Na Wohli oder Liturg Ich würd's jetzt gerne so hart umnehmen Nice Good Job Wohli wird top Oh mein Gott, die ist so bad Warum sind die beide hier, Alter? Was ist falsch mit denen? Einfach defensiv spielen, einfach defensiv Bald müssen sie gezwungen werden Die, die, die Lanes zu teilen Komm, lass mal durchpushen Solange die Syrer tot ist Na, noch sind beide oben Syrer ist das Richtig nett wär, wenn ich von der Wave mindestens ein Creep immer abkrieg' Tja Wäre nett, aber Einfach Tauern machen Am Tauern attackieren Die kann nicht mehr machen Aus den Kuh jetzt setzen Na ja, hat die Knospen genommen Leute, konnte ich mal rüberrollen, ja Die sind beide immer noch oben Geh weg, du hast Tauern, Ago gleich Ja, okay Durch seinen Tower Einfach Darius, einfach nur defensiv Warum, warum könnt die so lange bitte irgendwas machen, wollen die mich arschen? Ich hab doch gesagt, defensiv bleiben, warum bleibst du nicht? Ich bin doch defensiv, guckt auf, wo ich gestorben bin, du kleiner Motherfucker, man Ich hab's gesehen, wie weit du draußen warst Das stimmt allerdings Sie kommen runter Ah Komm, lass mal hier in den Bus stellen Nein, weg, 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 alter Okay Ich werd ja mal sowas von von verrecken Naja Sowas von von In the dark All is laid bare This is I hear the innocent cry out Immer noch beide oben Ja Die können einfach nur Lame spielen, weil sie so Ja, das ist doch nicht Lame spielen, das ist Dummheit, was sie machen Wir pushen hier unten locker durch Die hat ein Pinkboard gesetzt Ah Ja, die kommen runter, komm Na, sie kommen so als Fail Fail Flash Weg, weg, weg Ah, fuck, ich bin tot Wow, danke für die Hilfe Okay, ich lass es, ich helfe auch nicht mehr Mir? Nee Der weiß schon, wenn ich meine Ja, warum, was hab ich denn jetzt getan? Und tot Und tot Defensiv spielen Warum spielst du nicht defensiv? Du spielst keinen Top mehr, ey Good Job Okay, das war jetzt ein bisschen too easy Ja, dann spiel du mal bitte Double Lane Dann spiel ich defensiv und warte bis die Bot Lane durchgepusht hat Hm, ja, das ist ja gut, dass die Bot Lane durchgepusht hat, wenn nicht ein Gank kommt dann Hallo, wenn wir durchpushen, dann sind wir irgendwann gezwungen wegzugehen von der Top Lane Was verstehst du daran nicht? Ja, äh, wenn ihr unten durchgepusht habt, dann lasst ihr einfach die Minions in den Tower machen und ihr kommt hoch zum Ganken, was verstehst du daran nicht? Warum sollten wir, wenn wir das Game easy gewinnen können? Ja, aber du hast so viel Ahnung von 3 in 3 Du spielst es ja so oft, ich sehe jetzt wie viel Ahnung du von Top hast Ich hab zwei Türme, also denkt meine Ulti noch nicht Ich hab zwei Türme, also denkt meine Ulti noch nicht Fuck Da ist ein Lee, da oben Hat sie auch schon gesehen Ja Alter, was ist das für eine Range? ich kann ja leider wenig helfen wir wollen mal den red machen ich lasse sie aus ihrer schmerz Nissen kommt runter Geniii Syrah Hinter mir ist ein Bolivier Alter, warum? Aber du kleiner Schisser Sorry Kein Problem Na, ich bin vorher reingelaufen Oh nein, stirb nicht, stirb nicht, stirb nicht, fuck Na, komm zu mir? Oh Gott Ja, ja, bist du dir wirklich auch nicht mehr gekommen, ich hab eigentlich gehofft zu meinem Turm zu kommen Well Hallo Hi Christello, kommst du? Oh, suck dir 3 gegen 3 Immer wenn ich nicht dabei bin, dann seid ihr so Arschlöcher Naja, der kommt weg Wow Oh man Hier ist das top Useless Danke Christello 2-6 mit Tarius, so lächerlich Beware Gegen wen spielt Christello dein? Gegen zwei Stück Komm, heul mich nicht voll, ey, komm sag's mir ins Gesicht Ich hab dir vorhin schon gesagt, wie ich vorgehen würde, aber du checkst es nicht, was ich meine Nee, ihr kriegt es einfach nicht hin zu ganken, so ein bisschen lächerlich Wir könnten genau das gleiche von dir sagen, du kriegst es nicht hin, defensiv zu spielen Ey Starius Der macht keinen Schaden an Lee Tsch Tsch Die kommen runter Also, die kommt runter Also, die kommt runter Ah, lass weg hin Und warum hat Christello 2 auf der Top-Lane? Ja, weil, weil zwei auf der Top-Lane sind Aber er spielt nicht defensiv, er rennt rein einfach in die beiden Ja, ich renne rein einfach in die beiden Wenn ich da stehe und dann da irgendwo hin zurückgehobt werde von Obwohl ich bin Ja, nein Komm alle hoch, ja? Du musst jetzt defensiv spielen Jetzt direkt Guck mal, du bist immer nach vorne Ist mir doch egal, Alter Juckt mich nicht Ja, super Dann lad mich nicht mehr zu einer Normal-Lane Du heuls wegen jeder Scheiß rum Du bist unfähig, Normal zu spielen Ich weiß nicht, wie lange du schon Level 30 bist Klar Aber du bist der Normal-Gott, ne? Hab ich nie gesagt Ich hab auch gesagt, ich werde eigentlich nie wieder Normal-Mitspielen Aber du willst ja unbedingt immer mich dabei haben Klappt gut Zwei Sieben Darius Ich höre die Innocent cry out oh fuck okay das war's wer ist der leute gelaufen okay ich bin unpartei ich sag zu niemandem was ich beleidige niemanden und ich sag zu niemandem was macht die ulti nicht absoluten schaden ja deswegen frage ich mich wie er da bitte null damage raushaut weil gerade die szene als der lee auf der botlane low war und dann er ulti auf den lee gemacht hat er hat keinen schaden rausgehauen ja was kann ich denn dafür du kleines misskind man du wolltest top lane spielen master wollte gehen ich glaube ich wäre besser dran gewesen ja 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 ich habe übrigens heute zum ersten mal auch mal vane gespielt und die macht übel von der mitschmacht der bitte die halb die halb vielleicht können von mario von bau da sieht man ja dass er kein schaden macht aber christelle wenn das nächste mal darin spielt sie gibt den tipp bauer gulden hart und stein der weisen kassel ist der runde der einem keine tipps an ach der hat gerage quittet weißt du und ich halte mich immer zurück und will nicht quitten kristelle hat gerage quittet ja nein nein nicht aus dem game sondern aus skype so recht hat er ja er hat kein mut den mund aufzumachen halt jetzt produzieren das ist mir doch egal wenn der top spielt dann will ich dass er auch top spielen kann